Rom, Wien, Barcelona, Florenz... Köln! Oh, machen wir hier mal was in Köln. Schulgeld, okay. 15... Ne, 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 ne. Das ist noch zu schwer. Florenz, was gibt's denn da? Nein. 5 Sterne, alter Schwede, okay. Das ist... Venedig, was haben wir da? Oh, Essen stehlen. Waffen sabotieren, okay. Schicken wir da mal den nächsten hin. Nehmen wir Lamberto. Mission starten, ja. Dann werden die alle schön aufgelevelt hier. Barcelona. Mal schauen, wie sieht's da aus mit dem einen hier. Das ist 48%, ne. Das lass ich mal noch. Oh. Einen Historiker angreifen, okay. Die sind nach Schwierigkeit sortiert. Gefälschte Aufzeichnungen. Und der darf natürlich auch direkt los. Mission starten. Ja. Das, äh, find ich richtig fett. Okay. Dann haben die ihre Mission bekommen. Ich, ich will mehr Assassinen anwerben. Boah, das ist ja mal. Richtig geil hier. Assassinen rekrutieren. Ne, erstmal als allererstes. Was haben wir da? Auch noch einen Taubenverschlag? Taubenschläge. Okay, ich guck mal, was man beim Assassinenturm machen kann. Da muss ich jetzt einfach rechts. Da rüber, okay. Das ist, das ist suboptimal. Hier aber. Oder? Auch nicht. Hey, ich wollte dich gerade umbringen. Aber nein, da ist er natürlich weg. Ja. Wenn auch gewagt. Ach man, da weiß ich schon wieder nicht, wie ich da hochkommen soll. Da muss ich wahrscheinlich von dort und dort komme ich von dort und dort komme ich von hier. Cool. Jetzt weiß ich, wie ich da hinkommen kann. Ja, solltest du machen. Halt dich mal schön in Form. Das mache ich auch. Ja, jawoll. Meine Flagge. Juhu. So, was haben wir hier? Gut. Alles noch so, alles noch so verflucht teuer einfach nur. So, das ist der Assassinenturm hier. Was kann ich denn hier machen? Ist das einfach nur Markierung dafür, dass das hier Assassinengebiet, aber alles hat hier so seine Funktion, ne? Ich, 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 ich gucke einfach und finde es heraus. Ne, das ist ein guter Plan. Klettern wir mal hoch. Dann kann man da vielleicht ja irgendwas machen. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Uh, ha. Wenn der da hängen bleibt an dem Laken, hätte ich fast gesagt. An dem Banner dann. Das ist aber Kacke am Dampfen hier. Alter. Super. Hoch mit hier. Nein! Du Dröhnbottel, du Idiot, du Holzkopf. Scheiße. Muss ich sogar hier wieder lang einmal außen rum. Aber ich muss wenigstens nicht ganz... Hoch. Entschuldigung. Scheiß Turm. Und dann ist da gleich gar nichts. Ich sehe es schon kommen. Hopp, 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 hopp. Alter. Das, das ist doch wohl ein Witz. Ficken, ey. Oh Mann, jetzt habe ich keinen Bock da hoch zu klettern. Wieso komme ich da denn nicht hoch? Das ist doch was Scheiß. Sen. Halber Satzbau hier. Assassinen-Turm. Leeres Fraktionsgebäude. Werben wir einfach noch ein paar Assassine an hier. Wui. Ein bisschen langsam gerade. 15 Frames. Was soll denn die Ficke? Hätte ich fast gesagt. Hier. Die Scheiße. So, aber hier war ja genau die Geschichte. Was mir allerdings so nichts bringt. So, dann würde ich doch glatt mal gucken. Interagieren, ob hier dasselbe irgendwie jetzt ist oder so. Was ist hier los? So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Das letzte Mal ist, ja, die Aufnahme abgekackt. Wegenweil voller Festplatte. Deswegen, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als das Spiel zu beenden. Ich wollte da gerade hier nachgucken, was denn hier im Taubenverschlag ist. Genau, sind noch auf einer Mission. Fünf Minuten, vier Minuten. Scheiße, Mann, das waren ein und zwei Minuten, was die noch gebraucht haben. Naja, okay. Lassen wir das erstmal. Vier Minuten gehen schnell um. Deswegen nutzen wir doch die Zeit. Schauen wir uns hier mal um. Jawohl, hier gibt es noch einige Assassine zu holen. Rekrutieren wir... Rekrutieren. Ja, einfach mal das nächste. Was ist denn hier rot und gelb? Popularität. Ah, okay. Ah, okay. Risikofaktor sehr hoch. Oha. Sehr gering. Nächstes Einkommen in zwei Minuten. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir hier den einen Assassinen markieren und mir den dann schnappen. Ach, Pferdchen. Hopp. Hopp. Geht doch. Alles klar, der dürfte da oben irgendwo sein. Helfen wir dem mal. In der Not. Okay. Ah, doch noch ein bisschen weiter. Da ist er. Na, ganz entspannt. Erstmal absitzen. Zack, Nummer eins. Frechheit. Bam. Totgetreten mit dem Tritt in die Eier. Das tut weh. Dieses Wuh. Ja. Schon schmerzhaft. Ich habe übrigens kürzlich erfahren, dass man, ein Mann, auch an dem Schockschmerz sterben kann, wenn einem die Eier zertreten werden. Stell ich mir ziemlich übel vor. Oh, wieder mal eine Frau. Ich danke euch. Sehr gut. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Seniore. Sehr schön. Einen weiteren Assassinen. Oder eine Assassinin. Direkt verfügbar. Ich hole mir erstmal einen Schatz hier. Jawoll. Ein Terrakotta-Gefäß. Sehr gut. Davon brauchen wir ja drei Stück für die... Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Wache. Ich wollte ihn gerade abstechen. Für den Schmied. Genau. Für die Schmied-Herausforderung. Pferdchen, komm her. Und, joa, was machen wir als nächstes? Was haben wir denn da? Ach genau, diesen Turm. Da weiß ich immer noch nicht, wozu der gut ist. Ich würde sagen, da gibt es noch einen Assassinen zu rekrutieren. Man kann nie genug haben. Ey. Das war aber nicht nett. Finde ich gut, dass man sich Pferde rufen kann. Ist jetzt nicht ganz so realistisch, dass die wie einen Hund gehorchen. Wenn man pfeift, kommen sie. Aber es ist besser, als wenn man irgendwo im Arsch der Heide ist. Und kein Pferd zur Verfügung hat. Und das tausend Meter meinetwegen bis zum nächsten Ziel ist. Bis zum nächsten Abschnitt oder bis zum nächsten Stall von mir aus auch. So, hier gibt es noch Dings, aber das kann man irgendwie nicht reparieren. Okay. Und ich bin voll dran vorbeigeredet, nicht Genie. Juhu. Und wieder zurück. Weil es so schön war. So, da oben sehe ich schon. Ja, es dauert noch ein Augenblick, bis ich da bin. Ich muss hier einmal außen rum. An die Amor. Ach, schöne Sprache. Juhu, zum Angriff. Oh. Bam. Zack, erledigt die Geschichte hier. Oh, der Bürger ist gleich gestorben. Das ist natürlich dumm, dass der hier runtergefallen ist. Tja, haben wir keinen Assassinen. Na, Wysowski hier. Oh, ich höre einen Schatz glitzern. Und ich sehe ihn auch auf der Karte. Der dürfte hier oben drin sein, ne? Jawoll. Ja, das war gutes Zeug. Kaffeebohnen. Naja, was auch immer. Ich würde sagen, wir sprechen mal kurz mit dem Heino hier. Und... Waffen... Genau, das römische Langschwert haben wir freigeschaltet. Okay. Ah, ne, das Offiziersschwert war das ja. Das macht noch mehr Schaden. Das will ich eigentlich schon ganz gerne haben. Gucken wir einen anderen mal. Genau, Knochen durch. Romulus habe ich. Armbrust. Kann ich mir nicht ganz leisten. Kaffeebohnen, Hasenpfoten. Investitionen, genau. Ich kann hier rein investieren. Bei dem hier. Ah, Erlöse aus Schmiedinvestitionen. Wenn ich eine Million... Boah, alter Schwede. Erwartet Gewinne 2430. Ja, nicht erklären. Eigentlich investieren. Ja, möchte ich. 1100... Nein, 1800 habe ich investiert. Hey, warum ist da nichts von der Börse weggegangen? Ging das direkt von der Bank? Das wäre ja natürlich cool. Wenn man das nicht abholen muss, sondern auch sich Sachen kaufen kann. Und das Geld einfach auf der... Basis, hätte ich fast gesagt. Auf der Bank lagert. So, das Gebäude hier war, glaube ich, wieder sauteuer. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, nee. Ah, machen wir hier raus doch. Ein Diebes-Fraktionsgebäude. Ah, wunderschön. Mission Essen stehlen war erfolgreich. So, hier will ich mal hoch. Genau, der Assassiner hat seine Mission erfüllt. Das ist sehr gut. Ah, okay. Das Geld ging doch weg. Ich dachte schon, ich könnte das für umsonst investieren. Oder dass das aus der Bank kam oder so. Servitore wurde befördert. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Ja, gut. Das war mal wieder grandios. Wie man es von mir gewohnt ist. Wow. Nee, 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 nee. Da suche ich mir einen schönen anderen Blick nach unten. So. Dann will ich doch mal sehen. Nice. Alter, wie die die killen. So ohne Probleme. Wie geil ist das denn, ey? Das ist ja mal richtig awesome. Da kommt mein Pferdchen angeritten. Ups. Nice. Das bockt doch mal. Da kann man die auch mal so, ähm, holen praktisch. Und sie einfach mal ein paar Wachen eliminieren. Mein Sprachfehler wieder mal. Nein. Eliminieren lassen. Wo ich mich nicht einmischen will oder so. Die Richtung war schon richtig. Gut. Taubenschläge. Mission gefälschte Aufzeichnungen über... Aha. Wurde befördert. Ausrüsten. Habe ich da gerade noch gelesen. Aber da ist ja klar. É. Äh. Äh. Vielen Dank.